Prozent die Produktion was er erst 10 oder so und er hat zum Leben er hat er die Socken zu mir gewesen mit den Königs aus deiner Sicht um ja ich sehe schluss ist jetzt das ist so viel Platz wo das sind das sind die Samen aus der Höhle das sind Hülensamen Leute die wachsen hier in der Höhle da kommt wieder so ein Lizard Lizard tolle Frisur hier entweich hier ein Lizard ich glaube hier aber ist nichts ist gar nichts das ist irgendwie klar gewesen können wir noch hier oben und ich glaube da geht es nicht so viel weiter oh hi oh tschüss scheiß Skelett die Nerven übelst ist das immer noch die gleiche Schlucht ja komm mal hier mal ich habe gerade mein Strip Mining Gang ist nämlich noch ein bisschen weiter tatsächlich aber ich habe gerade herausgefunden Digga was willst du von mir ich hätte es mir noch helfen können hast du Essen ich habe nämlich nur zwei Herz und kann nicht mehr regen nee ich habe nichts ich habe nicht herausgefunden dass mein Strip Mining Gang hier weiter geht also ich höre da auf das ist irgendwie sehr weird guck hier hinten wieder weiter das ist aber eine Höhle hier wenn du da reingehst kannst du wieder zurück okay witzig ne ah nee das mach ich muss jetzt wieder Rotten Flash essen hier geht es ja noch viel weiter hier aber nee danke habe ich jetzt keine Lust drauf ich kann dann da noch mal ein bisschen dauern ich habe keine Lust gesandwiched zu werden ich krieg einen Krampf wo kriegst du einen Krampf? im Daumen einfach irgendwie so hast du verspringen oder was? really? oh fuck falsche Richtung gerannt bist du wieder in der Schlucht oder was? nein 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 ich bin mein ich bin ja links oder rechts von meinem Gang links war ja Richtung äh hier unser Haus und rechts ist ja weiter mein Gang der noch ziemlich lang gegen uns jetzt kann ich nicht sprinten oh das kann lange dauern bist du in deinen Gang gelaufen oder was? ja ich bin in meinen Gang gelaufen jetzt muss ich zurück gehen viel Spaß Leute so geht das die ganze Zeit und ich habe keinen einzigen Diamanten gefunden keinen einzigen keinen einzigen nichts ich hab 10 ja halt da mal hier ist das vielleicht hab ich meine Spitzhaken kaputze gehe ich immer wieder nach oben dann habe ich auch keinen Bock mit einem weiteren Diamanten zu suchen naja ich finde eh keiner ohne Witz genau ne echt ich ist es ist glaube ich bei mir nicht möglich dass ihr welche findet ne ja das meine ich doch genau das wurde mir angeboren oder so ich weiß es nicht das ist interessant Kies ist auch richtig in Kraft immer da verpiss dich doch Kies so wie Eisen aber ich brauch kein Eisen mehr ich hab im Ofen da drüben nur was war alles auch meins was da drin war ach ach das habe ich jetzt mitgenommen he 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 doch schlammiger da ja ich gebe ich dir ja wieder ich hab mir ich hab mir schon die Level ich hab mir schon die Level ich hab mir schon die Level Wasser hätte jetzt weg sein können dann müsste ich erstmal nach oben laufen um die Dias abbauen zu können alter ich kann vielleicht nur noch ein Dias abbauen oder sowas bei meiner Spitzhaken ist nicht mal zu sehen wieviel die noch aushält ich muss mich da hin bauen jetzt nein sie ist kaputt einfach so zwei Blöcke von den Dias alles klar ich kann mir doch bestimmt ne neue bauen ach ja kann ich ich hab kein Eisen sonst ist das Eisen drin das ist alles nur für diese Dias hast du gesplandt meint oder Höhle nein nein Höhle Alter Falter nach der Stunde hab ich das aber verdient nach der Stunde hab ich das aber verdient so jetzt kann ich mir ne neue Spitzhaken bauen zack ich kann jetzt die Sachen hier versenken damit ich die nicht mehr einsammeln da hat es nicht so geklappt egal da halte ich die Hölle jetzt kann ich hinten nochmal abbauen und dann gehen wir die Dias nängen ui mehr als gedacht mal guck so hier sind doch nicht so krass viel das hier und noch einer demnächst ich ja genau das keiner ok es sind dann 1 2 3 krass ok wir sind auf jeden Fall auch schon ne Schuppe Zacko oder sowas aber das bringt mir eigentlich ehrlich gesagt nichts man baut immer auf Hoffnung so ach komm wir sind bestimmt noch mehr oder sowas aber hier sind meistens gar keine mehr deswegen denkst du immer so eher geil und dem Fall nicht geil oder oder vielleicht sind dahinter doch welche dann brauchst du das noch 3 Stunden weiter und dann denkst du ach komm dahinter könnte genau da geliefert sein ja aber das ist nie was also da muss man sich auch so ich so ach soll ich jetzt wahrscheinlich so okay ein und dann genau dahinter waren einfach jetzt du hast auch Glück ich nicht das ist ein Unterschied ich brich den wieder ab zack ich habe ja auch wieder ein bisschen Eisen da habe ich aber keine Lust das noch mehr Eisen hier abzubauen wo ich Pfeile nein doch ja er verschwindet einfach der will glaube ich dass ich zu ihm komme ah ich habe voll vergessen dass ich nur so wenig Herzen habe so so ich muss das kurz jetzt umbauen damit ich irgendwie irgendeine Art und Weise jetzt kurz regen kann ich weiß nicht wie aber irgendwie muss ich das tun ich glaube ich brauche verrottes Fleisch oder so du hast nicht so viel Lust mir irgendwas vorbeizubringen was essen ich glaube nichts wir haben Hühner nee nicht mehr hast du alle getötet ja warum warum nicht weil wir jetzt keine Hühner mehr haben wir haben Kartoffeln ja meine Hühner sind besser als wir brauchen nee hier zu sterben wäre echt nicht ideal gut gut guck drop bitte Rotten Flash oder so alter echt echt es ist hinter mir jetzt gleich einer ist weil ich habe noch zwei Herzen ok jetzt muss ich mich hier kurz einbauen kurz ein nach hinten da können wir nichts so geh nicht mehr hier wie das verrottete Fleisch jam 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 damit ich regenerieren kann ein bisschen Leute ich würde sagen da haben wir erst noch genug vor produziert auf dem Ding ist es ist immer richtig witzig danach herauszufinden was welche Folge ist ich freue mich echt was passiert wenn ich jetzt noch mal Internet anmache wie viele Nachrichten bekommt man denn wohl ich kann dir das sagen ich kann dir das sagen haben die nächstes mal geschrieben nein Leute unsere Klassengruppe die geht immer richtig ab ey Alter Alter die Musik ist jetzt auch vorbei Tatsache ich kann das eigentlich schnell aus gut da ist ein Creeper bzw. halt nicht gut aber das sind Sklade in meinem Gang hab ich gedacht du fährst oben nein ich bin ich bin ich bin das ist Krupp Ausrüstchen du bist ja Schwester Heilig es gibt es nicht mehr so stark hier, ne? sind wir echt krass da ist ein Creepy Deeper bleibt mir bloß f... oh, Alter, ich f... ich f... ich f... ich f... alter Leute, wäre ich da jetzt runtergefallen? da wäre statt gewesen, da wäre ich ein Hühnchen ein gegrilltes... oder ich kann hier nicht mehr hin, äh, ich müsste ein bisschen trägen ist ja so selten bei mir machen wir wieder meine Taktik hier, ne? kennen wir ja schon hast du schon abzudiant abgebaut für den Zaubertisch? ich habe noch nicht mal einen Deal-Spielzecki warum nicht? du hast doch zehn Seas ja, und du hast drei ja ne, quatsch, was dann mach ich da? das war fein ok, wie gehe ich jetzt vor? da scheint irgendwo zu mir zu sein jup, jup, jup das wieder ein Lizard ja, nein hast du es gejobbt? nein schade ich darf jetzt von nichts gehittet werden sonst bin ich tot Und nun so habe ich keine 3D hast mehr White bit oh fuck Leute ich find's hier nie mehr draus wir sehen uns wieder, wenn ich oben bin bis dahin dass aber Native Hab Angst, nicht auszulagbe